Wir sind auf unserer Weg. Dobbe Jung von Joch, Matthias. Ja. Es ist kalt? Nein. Es ist nicht kalt? Nein, es geht. Es geht. Ein kleiner Schuss. Okay, ja. Du siehst hier die Mauten. Und jetzt gehen wir da und sehen, was da oben ist. Die Mauten. Die Mauten. Wie ist? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wenn du siehst, ich habe. So, es ist schon sehr kalt hier und wir gehen zu unserem finalen Destination. A giant massive Lego X-Wing and I'm ready for it. Yeah, so it's snowy. That's fun. Matthias, what do you think? It's cold. This is a great trip, right? Best wishes from Switzerland. This is the new X-Wing. Oh my goodness. 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 So, this is the new X-Wing. 10 Leute haben das gebaut, Jörg Schmidt ist ein Lego-certified Professioneller und wir sehen hier snow, also es ist wirklich kalt, wir haben nie so einen großen Modell gesehen, in den Mountains, zumindest über 3000 Meter, und hier ist es, schön, aber der Sonne ist nicht schwingt. So, wir sind filmen, und ihr seht meine Hand gerade jetzt, ich kann einen 4 Sekunden, bitte. Danke, Matthias. So, das ist unser final Goodbye, das ist der X-Wing, und es ist etwas, was wir jetzt machen müssen. Matthias. So, let's get back. Hey, good to see you. So, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020